Wir müssen also herzuzaubern. Es geht darum, wie viele Leute übernachten. Ich weiß schon, ob das was gebracht hat hier. Wirklich ist mit Sicherheit auch sehr schön. Siehst du klein auf dem Bild, aber... Liebe geht raus. Leute, du kannst uns den Spielbemel und zwar verlänglich empfressen. In diesem Fall fehlt ganz normal. Es wird auf die Spielbemel und so wichtig, dann ist eine Schüsselbemel. Nur, wo das du wirst, ähm... Platinails. Ich weiß nicht. Ne, wie gibt es denn unique? Ich bin immer mehr so ein Smash Up Kass. Und wir sehen uns, dass es richtig gut ist. Ja, die Ideen, die Thoughts, all das ist definitiv da. Wer hat mich noch nicht in die Drei Shirt gesehen? Ich bin nicht in die Drei Shirt gesehen. Ich bin nicht mehr so. Ich weiß nicht, was sie sich an die Drei Shirt sieht. Nicht so gut. Ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut. Ich bin ein paar Gordards, ich bin auf die Glittery Brown. Ich bin mit einem Glittery Brown, check me out. Und in Festivals this year, I think I'm going Maid, and, um, what's the other one? I really want to go to Part Life, I really, really want to go to Part Life. And then I'm going to go to Part Life. Everything else is finished. I'm going to go back. I'm going to go back and see you next time. Oh yes, exactly. I'm freaking out. Oops. I'm sorry. Ja, sorry. Wann gehst du immer live? Ich gehe nicht regelmässig. Ab welchem Alter dürfen wir die Zahnsteine machen? Ich weiss es nicht, Leute. Wenn du ab 18 machen willst, musst du halt unterschreiben lassen von deiner Mutter. Die interessante Beobachtung ist also bekannt. Ja, es ist diem discern identifizientum. Ich habe wirklich miss, was ich als auch. Ich habe die dir am Mannschaft. Ja, ich habe das den Mentor. Mental ist nicht real. Bei mir ist das Mentor. Es ist eine M&E? Welch�, danke. Wir sind der Video. Ich meine und die Masse. Sie macht mich Anja. Bis zum nächsten Mal?! Bauch? Wer ist das, ich begrüßt euch. Das ist wie ein Nied. Ich weiß nicht. Eigentlich hab ich gerade richtig mit dem Topf hier. Nur benutzt dieses Kino, das ist echt heftig. Moment. Ich habe das E-Z-Live gemacht. Ich habe das E-Z-Live gemacht. Ich habe das E-Z-Live gemacht. Das ist das, was die mallet ist. Das ist das Posh. Ich bin gut, danke. Wie sind Sie? Ohy. Oh my gosh. Ich hab wirklich mit Twitter angerufen. Danke. Oh yes. Yorkshire. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, rest. I will go by myself. First I need to make any power, then I will make him. Bye-bye. Cheers. And I'll do like lap pulldowns, face pulls, shrugs, biceps, triceps, tricep extensions, bicep curls. And then I'll go, and then sometimes I'll do cable flies. And then I'll go over the free weights and do more flies. Lateral and front raises. And then. And then. And then. And then.